ich habe ganz vergessen dass man da oben bei der karte noch hin und her switchen kann ich lasse ja doch fast immer bei derselben ansicht nation claims ist sehr praktisch zu sehen wo man denn auch überall so hin kann ja ich habe das gemacht was ich machen wollte also die haben jetzt alle fans haben alle hier bauhütchen bekommen das ist soweit okay und ich habe jetzt noch ein panzer von hier oben runter geschickt damit diese belagerung hier die würde ich nicht durchkommen selbst wenn es zwei sind aber wenn wir jetzt noch ein panzer hinschicken geht es hoffentlich ein ticken schneller weil ich denke es hat auch nachteile wenn durchgehend in einem land geschossen wird also ich habe keine ahnung wie die sets dafür aussehen also welche abzüge über welchen ist jetzt oder perks oder was auch immer es gibt wenn in einem land gekämpft wird aber ich bin mir halbwegs sicher da gibt es was ja wobei ich dachte das auch immer bei krieg ne also einfach nur krieg haben mit einem anderen land macht eigentlich nur unity also nur was positives panzer nicht zu hause zu haben das verbraucht dann wieder mehr investitionspunkte was schlecht ist aber einfach nur so krieg haben scheinbar nicht doch und random halt atrocities was nicht so gut sein kann aber es ist halt echt selten und wenn man das macht kann man das zu einem pr event machen und dann mögen die leute mehr das ist auch alles ja gut wir sind dabei agenten zu verteilen ich muss jetzt noch gucken mit der karte hatte action control haben wir normalerweise können wir noch irgendwas machen xeno formule hat irgendwie nie wirklich doch da wo das riesen ding ist ja ja die raumschiffe sind noch in der mache 19 tage sind die ersten beiden fertig und dann können wir anfangen die ganzen pflanzen zurecht zu stützen sonst haben wir noch demokratie ist unwichtig unrest boost income boost income ist eigentlich nur für den anfang wirklich wichtig ja weil boost brauchen wir jetzt ja nicht mehr nicht mehr so in den ausmaßen zumindest military tech level ist als was russland kommen 4,5 die haben sich gut gemausert wir gemacht haben fast aufgeholt ich sag ja auf der kenne müssen wir aufpassen oder wir müssen einfach nur mehr military machen gut ich glaube der hängt schon hinterher was das angeht weiter control points per capita wobei google ist in ist google in irland oder in nordirland wegen steueroase ich glaube in irland ja sonst würden die alle was vom kuchen abbekommen und ich glaube deswegen also mit deswegen ist das gtp da so gut wobei wenn es wenn sie wenig steuer zahlen da müssen hat das land ja auch nicht wirklich was davon also ja falls da jemand theorien zu hat gerne in die kommentare schreiben ich mag so so politik krams wobei das eher wirtschaft ist aber wirtschaftspolitik ist fast das gleiche so wir wollen genau krams durchklicken population nation federation ne gut gehen wir zu action control wir haben einen typen der gerne sache in die luft jagt wofür gerade bei nordirland sind hast du ein ziel du hast nur servants als ziel und die haben ach die haben was die andere kennen gleich nicht mehr jedenfalls eine weile du bist nicht ganz so stabil wie du sein könntest könnte weniger sind kriegen und zu sein ich gehe mal hierhin stabilisieren und steuern order standing by for orders die kontrolpunkte sind okay können wir rumtrüdern auch nicht viel nee du du such lieber weiter nach irgendwelchen irgendwelchen ergänzen sonst hatten wir nichts geplant ich glaube nicht und drei prozent punkte brauche ich erst mal ein käffchen ich sehe jetzt noch keinen wirklichen verwendungszweck für die ganzen tier 2 forschungssachen ja eigentlich je früher desto besser nanofactory auch die folien das machen wir gleich mit bomben ist okay der weakness ich nehme erstmal nicht weil du recht günstig bist die forschung dass wir mehr mission control nutzen können kamen die nach der purpose oder nach der weakness also wenn es den commander nicht gebe und andere commander wie ihn die mehrfach in der zeitlinie hin und her springen und das ganze neu versuchen usw also wenn jemand das einfach so blind spielen würde das kann nicht klappen oder nicht dass das für den commander ein spiel wäre wenn er das tote ernst gut also weiter was die haben mal was gemacht was das bin ich gar nicht gewöhnt dass unsere quasi alliierten also jetzt ist es ist es vage aber quasi alliierten mal was machen ja schön jetzt kommt ähhh point defense hast du mit drin ja du siehst sehr wuselig aus du siehst sehr wuselig aus ja mach mal weiter ist okay united north america wir müssten die dichter rauskicken wir hätten nicht wirklich die kontrollpunkte also es kostet ja weniger als hier steht ne das wären jetzt 32 48 49 49 punkte aber wenn wir es assimilieren ist halt nur noch ein bruchteil davon trotzdem wäre das recht viel wir haben aber noch kleinen krams die wir rauskicken können ja 4 das haben wir schon gekickt ja 15 sind wir schon bei 19 24 29 ja also wir überfallen mal kurz unseren Nachbarn die haben schon zwei Panzer weil das kann einer Panzer einfach reinfahren mit fünf Panzern jetzt würden die halten oder mit zweien und das würde lange dauern haben verbündete aber ich glaube nichts davon Indien ja natürlich denen sind wir schon rivalisiert und die haben inzwischen noch Atombomben nutzen die auch Atombomben um Alliierte zu beschützen quasi indem sie auf die Alliierten schießen ne ne nur wenn es das eigene Land ist auch wenn es eine Befraktion ist aber es ist ja nochmal eine Schicht anders hmm Nigeria kriegt Terror Brasilien kriegt Terror also zwei Aliens haben hier einen Spaß Marokko ist gefallen ja das erklärt dann schon mal unsere Kontrollpunkts Problematik für nichtig Mission to Venus das hatte ich gar nicht mehr auf dem Plan Nuclear Fission Methodologies ok das heißt wir müssen jetzt erstmal M nicht M keine Karte so Mars Venus da muss ich keine Probe hinschicken Wollen wir da überhaupt was bauen also der einzige Vorteil an Venus ist jetzt dass ne ich werde da nichts bauen ähm dass wir halt schon anteilig so viel Strom bekommen wie auf dem Makro aber halt nur anteilig also warum soll ich das tun also die Idee dahinter war dass es ein Stepping Stone ist das Problem ist nur wenn ich da jetzt Basen baue müsste ich sie danach wieder abreißen weil wir haben ja nur bedingt viel Mission Control die wir wirklich aktiv nutzen können und die hätte ich lieber da wo es am meisten bringt also sehe ich jetzt zu wie oh wir sollten eine Station da bauen ja das machen wir aber ich weiß die KI wird da Sachen hinschicken wollen ach ich habe schon wieder die Zweifel dass ich zu viele Sachen kaputt mache und dadurch die Menschheit als Ganzes nicht vorankommt und die aliens uns später überrollen werden weil eigentlich müssen die anderen ja auch Basen bauen um Forschungspunkte zu generieren von denen wir ja auch was abbekommen schon doof wenn alle zusammen in einem Boot sitzen und man regelmäßig Löcher rein sticht ne aber sonst lernen die halt nicht ne ich lass es also wie gesagt ich weiß nicht ob ich es gerade ausformuliert habe meinen Gedanken den ich hatte ich hatte jetzt vor hier eine Basis zu bauen mit einer Werft regelmäßig denn hier Raumschiffe zu bauen die nur dafür da sind andere Basen zu zerstören die hier aufblauen um so dem Feind also dem nicht richtig Feind aber doch so bisschen Feind regelmäßig Ressourcen zu entziehen weil das aufbauen brauche ich erstmal Zeit und Ressourcen ja ja aber dafür die ganze Basis das wären 3 Mission Control Entschuldigung meine kleine können fast reichen ne brauche ich hier nur Strom und 2 Werften und für eine Hydroponics ja komm ähm ich mach mal im Medium obwohl wir warten einfach wir haben keinen Stress ne 72 Tage ja wir haben keinen Stress wir warten ab gucken wie viele Basen hier gebaut werden und auf welcher Höhe die gebaut werden und dann klatschen wir eine Basis dazu dann kommen wir ein bisschen später an aber das ist okay weil ich denke nicht dass die hier Schiffe bauen werden zurück 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 so äh dann haben die jetzt Nuclear Fusion Methodologies das ist gut das ist für die Stromversorgung wichtig später ich glaub das 50.000 alter Falter 5 Jahre 4 Jahre ok das ist fast vorbei 3 Jahre das hat es eine Menge naja wurde ich jetzt aber auch mehrfach dran erinnert dass das Spiel halt eher auch warte dass das Spiel halt eher auf Jahre ausgelegt ist und ich nicht so kurzfristig mich wundern soll warum die aliens aber nicht runter gehen das dauert halt tierisch lange äh neue Orcs ja gucken wir später erstmal muss Cash gucken was Sachen in die Luft jagen kann das ist das wichtigste nur Untertanen ja Xenoscience Research Center macht Bomben ich gehe in was ist die ohne Rivals was warst du ne Slowakei ist februar was hat man noch was anderes auch das geht jetzt schon mal eine auch 18. februar weil das grün war alles warten gut dann du kannst mal hier du guckst die anrägt wird hier an war schon weggeschossen so voxtrot 1 voxtrot 1 hat jetzt bomb fähigkeit heißt wir schalten um auf tata andock jetzt hätten wir gerne ein low level bombardment alien life form wir gehen einfach einmal durch sieht man das eigentlich auch nicht bei so einer geschwindigkeit die werden wir alle was auch immer lang schießen so es passiert und jetzt nee also wenigstens richten sie sich neu an der ecliptik aus aber wo man sieht die schubdüsen zwischendurch aber kein geballer raum mehr genommen gespielt was muss muss plus die müssen jetzt automatisch bescheid sagen und durch sind damit auch wenn es jetzt nur zwei sind die bomben können sollte ich lang dauern du hast der construction bekommen sehr schön da bekommst jetzt noch ein point defense oder auch nicht wie man wird er hast halt kein point defense bis ihr mal wie das ist hoffentlich okay und weniger unfälle sehr gut wie hieß das nordamerikaner united north america 20.000 ich glaube ich mache lieber erst mal die research center weiter dich weg und mache jetzt mal dass wir da vorankommen terror noch mehr terror sagen wir haben mindestens 2 1 da das ist verständlich dürfen sich leider gerade nicht töten sonst gibt es wieder zu viel stress was ärgerlich ist ja wenigstens zwei prozent mehr aufziehen um biology das ist okay pointe fans pointe fans pointe fans pointe fans wie war das mit nachrichten zusammenfassen es wurden 25 pointe fans hergestellt in folgenden basen fertig ja ich weiß es ist ein wenig schwer das hin und her zu schieben jetzt also usa und europa müssten gesichert werden gehe mal wieder auf action control so steve du kannst nicht Perdida nicht sicher da ist das alien 거예요 achso es sollte heute aufhören wenn ich will dass der mir runtergeht sollte ich aufhängen regelmäßig sache von den untertanen zu bomben polarization es vielleicht immer so als idee wir müssten auch noch eine weile hin ist kanada schon mal als feind deklarieren oder ich denke das war überhaupt ich weiß man hat kanada aber wir mussten damit regeln damit rechnen dass die usa irgendwann durchdreht durch angreift und das wird jetzt eine ganze 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 weile dauern so special ja das ist praktisch für merkur zum beispiel weil er das fenster glaube ich so war weil eigentlich müsste es besser sein weil es einen kleineren radius hat um die sonne das ist eher wenn man nach draußen geht dann komplizierter das ist länger dauert bis man dann ordentlich das fenster hat zum starten so du bist leer du bist auf dem mars wir haben auf dem mars keine chipjahrs ich hätte gerne auf dem mars chipjahrs oder zeigt man werde jetzt noch so alles rum kreucht und fleucht also von phobos ist eine station wir haben eigentlich nur humanity first und ganz viel resisten sowie zwei basen von der schutzherrschaft aber da haben sie keine möglichkeit raumschiffe zu starten also bisher ist das ok ja lassen wir mal so haben wir hier oben eigentlich alles ersetzt 1 b 2 b 3 4 5 6 7 sind das doppelt nein gibt es nur 7 sachen 2 4 6 8 9 ok wir haben noch kein energy denke ich mal und was noch können sie besser sehen military military haben wir live haben wir auch ich finde das noch es sind nur so viele weil das da schon tier 2 ist zack 3 6 8 ok das heißt energy ist das einzige was fehlt gebt bitte zur erde hi hi wie können wir es bauen wir waren alle low earth orbit 2 richtig low earth orbit 2 so du bekommst alles solar 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 eine farbe und so du würdest kontrollpunkte geben du würdest 3 prozent bonus auf alles geben also auch auf forschung ist aber jetzt nicht so super viel verbrauchst dafür aber auch nicht so viel strom oder anderes es geht 3 prozent 3 prozent ist echt zu wenig das soll jetzt das energy ding werden energy 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 ich wollte noch point defense erstmal nur ein und das construction ding bräuchte wir haben genug basement als ja construction geld kriegen später skunk work wie schauts daraus aber dann zwischen noch 130 prozent hört sich schon okay an dass wir könnten jetzt langsam anfangen wir können langsam anfangen bei den agenten die zahlen wieder auszunehmen das wollte ich sagen also boost boost 8 energie und bei den hier hinten bin ich mir nicht sicher ich denke wenn wir die hier aufrufen zu tier 2 werden wir ihnen nochmal mehr strom brauchen aber lassen wir es jetzt erstmal so bauen club 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 hast du du kannst nicht sollen weil ja ist okay dann macht das alleine dort ist noch länger der hat schon mal lieber fox trot 1 also sollte schneller gehen wenn es mehr schiffe sind so habe ich es verstanden recon complete recon complete was auch sinn macht weil da mehr zeug runter kommt und sachen zerklatschen bombardment ends close do low level bombardment das ist so eine lange liste wir sollten eigentlich echt die die zentren machen oder so dass da zum beispiel ja ich gehe einfach durch so continue close 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 wir haben schon januar nicht mehr lang bis februar das heißt wir können so kriege in europa anfangen cash hat keine neuen ziele er kommen müssen ziele suchen also 1 tracking target 2 und 3 unsere panzer sind immer noch am ballern aber der feind besteht nur noch aus einem panzer nicht mehr 2 das ist also gut dich wieder zurück auf faction control jo also wir kommen voran hoffentlich denn nächste folge belgien und die slowakei krieg erklären und angreifen wie viel die haben wir in der u in der u 5,4 ja nee das sollten wir so lassen ich hatte kurz überlegt vielleicht schon jetzt krieg zu erklären damit wir eine runde sparen aber das hat zeit das hat zeit sich